Ja, also, erster Tag. Wir haben es endlich mal geschafft, dass dieser Würfel, so wie er es auf dieser scheiß, äh, nennen wir es mal Landschaft, springt. Oh, der dreht sich nicht. Okay. Ja, und es ist übelst spät, weil ich tatsächlich schon die ganze Zeit da sitze, ja, dass dieser Würfel nicht durch die Landschaft durchfällt, oder, dass überhaupt, dass mal ein Würfel da ist, dass der Würfel überhaupt, dass mal reagiert, dass ich das sehe, dass ich irgendwas sehe. Ja, was halt so die Probleme sind. Man kann sich gerade vorstellen, wie schlimm das manchmal ist, also, man hat eigentlich schon alles direkt um zwölf fertig. Ja, also, ich muss nochmal mal kurz so eine kleine Reaktion hier hervorrufen, die dann optimalerweise auch funktionieren sollte. Ja, ja, und dann ist es auch schon um vier. Aber, da das jetzt funktioniert, kann es eigentlich losgehen. Da kann man jetzt mal statt Figuren, was, statt Figuren, statt Würfel, Figuren springen lassen. Vielleicht. Vielleicht auch so, wie ich das möchte. Und vielleicht kann man auch statt irgend so was komischem blauen hier, ne, was, äh, richtiges vorstellen, so in unserer Landschaft und so. Mal sehen, was der Morgi-Betrag so bringt. Mal sehen, wann ich überhaupt auf Wache ist, meine. Wer spät ins Bett geht, ja, ne, der steht auch spät auf. Und der Würfel fällt von der Landschaft drunter, ich will gerade sehen. Oder? Oder? Ah, sieht so aus. Ei, ja, wird nochmal eingestossen, aber trotzdem wird es nicht mehr wieder. Naja, noch älter ist auf der Landschaft, aber das Video wird bestimmt auch nicht mehr so lange gehen. Also, wer guckt sich die Scheiße nochmal hier an? Äh, ich freue mich übelst, der Würfel macht übelst Spaß. Das ist doch mal ein Produkt, was man anbieten kann, Mensch. Entwürfel ist. Der auf einer blauen Fläche rumspringt. Wenn das mal nicht spannend ist. Hm. Hm. Ja. Naja. Och, jetzt ist er runtergefallen. Naja, gut, damit beende ich das jetzt hier. Das soll ja bloß mal der, der erste Eindruck überhaupt sein.